Eine Million Likes. Wow. Vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Wir sind seit 2019 hier auf dem TikTok-Kanal unter dem Namen Auto Center Münheim Göksu aktiv und wir sind Tag für Tag stetig mit eurer Unterstützung sind wir gewachsen, haben über 140.000 Follower. Jedes Mal unterstützt ihr uns im Live. Ihr kommt mit zahlreichen Zuschauern und zwar durchgehend 400, 500, 600 Zuschauer und da möchten wir uns recht herzlich noch einmal bei euch bedanken. Wir sind wie gesagt seit 2019 ein TikTok-Kanal hier, die einen Einblick in die Automobilwelt zeigt, wie man Autos kauft, wie man Autos verkauft. Wir machen Finanzierungsbeispiele, wir kaufen eure Fahrzeuge, zeigen Autos im Live und haben über diesen Plattformen auch etliche Fahrzeuge verkauft. In dem Sinne möchten wir uns noch einmal recht herzlich bedanken und verlosen zwei Flugtickets, Hin- und Rückflug nach Istanbul. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst dieses Video liken, ihr müsst einmal kommentieren, von wo ihr kommt und dieses Video einmal reposten. Wann wird die Verlosung stattfinden? Am 17. März 2024 um 18 Uhr werden wir wie bei den anderen Verlosungen auch einen glücklichen Gewinner finden. Falls dieses Video eine Million Aufrufe bekommt, kriegt diese Person natürlich auch on top 500 Euro Taschengeld. Das heißt, wenn du gewinnen solltest, suchst du noch eine zweite Person aus, die mit dir nach Istanbul fliegt, die Flugkosten übernehmen wir. Und wenn zusätzlich dieses Video eine Million Aufrufe bekommt, kriegt jede Person noch on top 500 Euro Taschengeld. Ihr müsst uns natürlich auch noch dabei folgen. Bis wann muss man sich entschieden haben? Bis spätestens Ende der Osterferien 2024 muss man sich entschieden haben. Ihr könnt von München, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, von überall direkt nach Istanbul buchen. Und wir werden die Kosten natürlich über die türkischen Airlines übernehmen. In dem Sinne wünsche ich euch schon mal vorab viel Glück bei der Verlosung. Und ihr müsst im Live nicht dabei sein. Ich werde im glücklichen Gewinner nur über diesen Kanal, nur mit meinem originalen Account, eine Benachrichtigung schicken und sagen, dass man gewonnen hat. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.